Der Bildschirm ist sozusagen die zweite Netzhaut des geistigen Auges geworden. Er ist ein Teil der physischen Struktur des Gehirns. Deswegen wird alles, was der Fernseher zu zeigen in der Lage ist, eine völlig neue Erfahrung für den jeweiligen Betrachter. Deswegen ist Fernsehen Realität. Und Realität ist nichts ohne Fernsehen. Wenn du jung willst, hast du nicht viel, was du brauchst. Außer eine Spielkonsole als Geschenk verpackt vom Nikolaus mit zwei, drei Spielen, die dich durch die Ferien begleiten. Früher war das alles und ich denk zurück an diese Zeiten, als ich jeden Tag vor dem Super Nintendos war. Star Fox, Mario Kart, Zelda, A Link to the Past, halfen mir perfekt bei meiner Flucht vor der Wirklichkeit. Heute ist Rockman Online Code, damals Turtles in Time. Secret of Mana, Mortal Kombat und natürlich Super Street Fighter dürfen noch heute nicht spielen in einer gut sortierten Spiele-Sammlung. Wir machten Turniere in GoldenEye oder Wolfenstein. Das waren die 90er, die goldene Zeit, für keinen Preis will ich diese Erinnerung missen. Nach der Schule hieß es blocken, alles andere war nicht wichtig. Ich interessierte mich nicht für die Fächer in der Schule. Jede einzelne Sekunde widmete ich der Konsole. Das war mein Babysitter, ohne geht es nicht mehr. Er passte auf mich auf, auch bei Regen und Gewitter, auch bei glühender Hitze oder im grüsten Winter. Er war der beste Freund für mich und für viele Kinder. Durch die Fersezeitung hab ich lesen gelernt, Was an Dragon Ball ist, konnte mir kein Lehrer erklären. Das war mein Babysitter und meine erste Freundin. Mit diesem Track will ich ihm sagen, was er mir bedeutet. Ich war fünf, als ich durch die TV-Movie lesen lernte. Die Fernsehzeitschrift überall mein Feuerweg gefährdet. Gehe ich hier unterwegs, Thema Bürgerkrieg der Lehrer nervte. Ich saß lieber vor der Glotze und studierte Krieg der Sterne. Ich kann dir nicht sagen, was die Wurzel aus 49 ist. Dafür umso besser, wer in Deep Red der Mörder ist. Wenn ich heute Turtles wehe, fühl ich mich wie in der ersten Klasse. Kramm das Ninja-Shred aus meinem Schrank und sprech mit Ratten. Ich scratch die Platten zu dem Soundtrack von Chip und Champ. Shit, 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 Chip und Champ. Ritter des Rechts, mir wird schlecht. Beim heutigen RTL-Swei-TV-Programm. Früher unerreicht, doch seh ich es heute kaum noch an. Brauch ich das? Nein, ich brauch eine Zeitmaschine. Mit 88 Sachen, wie in diesem Sci-Fi-Film. Heute brauch ich 30 Filmen. Crystal, Meth und Coke. Früher reichte eine Folge der Tax-Avery-Show. Das war mein Babysitter, ohne geht es nicht mehr. Er passte auf mich auf, auch bei Regen und Gewitter. Auch bei glühender Hitze oder im tiefsten Winter. Er war der beste Freund für mich und für viele Kinder. Durch die Fernsehzeitung hab ich lesen gelernt. Was an Dragon Ball ist, konnte mir kein Lehrer erklären. Das war mein Babysitter und meine erste Freundin. Mit diesem Track will ich ihm sagen, was er hier bedeutet. Sie können so am Sofa aus Einkaufsgab oder spielen Mortal Kombat mit einem Freund in Vietnam. Meine Homies spielten Fußball und machten mit Mädchen rum. Ich tauchte lieber mit Kapitän Nemo zum Meer. Das fühlte mich wie schwerelos. Bei der ersten Folge Astrodinos. Space Jam kam raus. Ich trug das Wulstrikon. Saß im Kino, schaute Bim Bambino auf dem Kabelkanal. Das waren noch Zeiten. Trickserien den ganzen Tag von Scooby-Doo. Über Gaffel bis hin zu Graf Dacula. Ich wollte nie erwachsen sein, so wie dieser Peter Pan. Wollte die Motorräder von Bikermais from Mars. Und damit durch die Gegend düsen, statt mit meinem Rad. Saß im Open meiner Eltern, tauchte ihn auf den Namen Kids. Und fühlte mich wie Michael Knight, wenn wir damit gefahren sind. Ich war kein Kind, ich war ein TV-Zombie. Dank Faunas weiß ich jetzt, woher die Babys kommen. Ich kenne Agent Orange, nur aus Reservoir Dogs. Seit Cable Guy vergleiche ich Jim Carrey mit Gott. Das war mein Babysitter. Ohne geht es nicht mehr. Er passte auf mich auf, auch bei Regen und Gewitter. Ob bei glühender Hitze oder im tiefsten Winter. Er war der beste Freund für mich und für viele Kinder. Durch die Fernsehzeit und hab ich lesen gelernt. Was ein Dragon Ball ist, konnte mir kein Lehrer erklären. Das war mein Babysitter und meine erste Freundin. Mit diesem Track will ich ihm sagen, was er mir bedeutet. Ich bin der Misslingzone von True Held und Big Cosby. Ich bin das weißen Kind der Cunningham. Weißt du, ich kenne die Geheimnisse des Lebens. Doch bloß aus der Serie die Geheimnisse des Lebens. Es muss endlich einer den Babysitter töten.